Hey Leute und ich bin es wieder mal euer Radio Zockt LP. Willkommen zurück zum neuen Folge. Wir sind wieder hier, weil wir in der letzten Folge kläglich abgekratzt sind. Mittlerweile habe ich auch ein Texture Pack installiert, das sollte man sehen. Und noch ein paar Mods. Da hat er die Tree Chopper. More Food. Und noch ein Möbelmods. Zum Beispiel hier Stühle und Tische und so hinzufügen. Ja, ich würde sagen, ich gehe mir gleich mal pennen. Und ich gehe noch mal ein bisschen steinbarmen. So. Das Gravela hat ja noch die normale Textur. Dann kommt er hoch. Ich würde sagen, ich hole mir da den Stein raus. Zack, 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 zack. Das war eigentlich ein sehr scheiss Start. Sehr scheiss. Deutschfehler. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, es ist noch unsere Spitzsage kaputt. Ähm, ja. Scheisse gelaufen. Aber naja. Man soll ja nie zurücksehen. Und ja, ich habe noch ein neues Aufnahmeprogramm. Das sieht man, glaube ich, sieht man auch. Nicht mehr Mobisinn. Sondern irgendein anderes, das ich vergesse. Ich weiß noch, wie es heisst. Sieht man es auch. Gamescreen Recorder. Ja. Das ist es. Dann würde ich sagen, ich schaue an die Christe. Ah. Würde ich sagen, fahre mir noch ein bisschen Holz. Bauen sie erst mal ein Haus. Und ich spiele gerade im Peaceful-Modus. Hoffentlich geht die Mod. Vorher funktioniert es. Ja. So. Ich weiss, es ist ein bisschen wie Cheating. Dass man nicht mehr wirklich Zeit nehmen muss. Aber das nervt die ganze Zeit. Ewig ist das. Blub, 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 blub. Zu hören. Dann mache ich das lieber so. Zack. Hä? Was ist da gerade der Unterschied? Was war denn das für ein elendiger Back? So. Weizen gehören noch. Ähm. Ich sah doch gerade noch ein Schwein. Naja, doch nicht. Da oder dann ist es wieder weggelaufen. So. Jetzt haben wir dann auch ein bisschen Holz. Eines dann aufbauen. So. Plupp. Zack. Nachsitzling. Apfel. Dann gehen wir mal zurück. Und fangen an, unsere Häuschen zu bauen. Ich baue es relativ nah am Berg. Weil mit dem Berg habe ich noch was vor. Und zwar will ich mein Haus hier vorne haben. Und dann den Berg innerlich aushöhlen. Warum? Das seht ihr da mal noch später. Komm, ran. Schwein. So. Wie gesagt, ich würde mal das alles, was ich nicht brauche, einräumen. So wie das hier. Ah, juckt. Ah. So. Ähm. Dann müsste ich theoretisch Terraform. Das heisst, ich brauche eine Schaufel. Stein habe ich noch sicherlich. Ja. So. Zack, zack. Schaufel mache ich gleich zwei. Würde ich sagen, fangen wir mal ein bisschen Terra zu formen. Hm. So. Das Tier beißt, was noch von Sachen echt hilfreich. Allgemein spiele ich so viel lieber. Wie ohne das Dings da das Kreuzlein. Ich kann jetzt noch ein Malchen gehen, aber dann haben wir es wenigstens. Ich baue es bis hier ab. Dann hier hinten rum. Wirklich meinen gehe ich dann, glaube ich, mal offscreen. Weil meine ist ja nicht wirklich spannend. Dann will ich euch das auch nicht antun. Zack, zack, zack. So. Blub, 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 blub. Nächster Schaufel. So. Ja, ist wahrscheinlich jetzt sehr langweilig, wenn man so zusaut, wie man, äh, wie ich Dreck abbau, aber, ja. Ja, wir haben es dann auch bald. So. Zack, blub, blub, blub. Dann muss ich hier noch ein bisschen weggraben. So. Dann muss die Sonnenblume weg. Tut mir leid, schönes Blümchen. Die herde ich hier noch auf. Ich baue schnell noch das Gras weg. So. Zack. Hat das automatisch sprengend, ne? Ja, ich merke mal total. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. So. Dann würde ich sagen, warum wir hier uns raus. Dann lege ich noch die Erde und so weg. Ähm. Ciao, Erde. so und dann hole ich mir noch die schweinchen dort hinten schlachten wir zack 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 zu baby scharf lass kleben lege das fleisch auch noch in der kiste und dann würde ich sagen gehen wir an den hausbau kann ich euch mal noch den schul zeigen der sieht so aus ich glaube das sollte ein bug sein kann ich nicht wieder abbauen ich glaube die sind ein bisschen verpackt ein bisschen sehr verpackt ich schmeiss die mal hin jetzt komme ich nicht mal in die kiste jetzt ist er weg das durch ein bisschen verpackt ja wirklich sehr verpackt ist das kann man den pfeil nur unten an dieser lehne abbauen ein bein vom stuhl hier an diesem da 64 stühle dafür noch noch mehr stühle was ist los mit denen völlig verpackt naja dann würde ich sagen juckt es mich im finger würde ich sagen bin ich auch durch ihre folge danke fürs zusehen die wir hierher geschaut haben ja ciao bis zum nächsten mal ciao